Ja, ist denn das Video um Hetzjagden in Chemnitz authentisch oder ist es vielleicht doch gefälscht? Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome to Active News, mein Name ist Michael Langhans, ich bin Vorjurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Ihr habt ja sehr meinen letzten Beitrag gesehen, wo ich auch meine Auffassung vertreten habe, dass es in Chemnitz eben keine Hetzjagden gegeben hat und insoweit der Präsident des Verfassungsschutzes Recht hat. Und die Frage, die hier immer wieder wortglauberisch, juristisch argumentiert wird, ist ja die Frage, wie man diese ganze Situation bewerten möchte. Und da muss man leider Gottes wirklich in den Wortlaut hineingehen. Denn die Interpretation, das habe ich im letzten Video ja deutlich gemacht, entspricht meiner Meinung nach nicht oder selten nur dem, was der Hamasen tatsächlich gesagt hat. Die Aussage ist gewesen, ich zitiere da die FATS, es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Interview zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Und weiterführend in diesem Zusammenhang. Nach meiner vorsichtigen Bewertung gibt es gute Gründe, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Authentisch ist aus meiner Sicht dieses Video nicht, weil, wie bei den allermeisten Videos, weder der Vorspann, also was war vorher, noch die Geschichte danach, wie hat es geendet, wiedergegeben ist. Wir dürfen eines nicht vergessen, Videos zeigen nur das, was wir wollen, dass sie zeigen. Sie sind eine zweidimensionale Abbildung einer dreidimensionalen Realität und gerade das Wegschneiden, Weglassen von Informationen ist, ja, große Kunst, belegt aber eben auch die Frage, ob etwas authentisch ist oder eben nicht, ja. Und da muss ich eben ganz klar sagen, ich sehe bei einem Video, wo man weder im Vordergrund die Vorgeschichte sehen, noch im Hintergrund das Anderes, wie die Geschichte ausgeht, einen Hinweis auf Authentizität, sondern ganz klar einen manipulatorischen Charakter. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass alle Videos, die es zu Gewalt, Polizei, Gewalt und Co. gibt, immer erst dann anfangen, wenn eigentlich schon ein Teil der Vorgeschichte weg ist. Das liegt als grundsätzliches Glaubwürdigkeitskriterium in der Natur der Sache, weil ein solches Video, ein Videofilmherst aufmerksam wird, wenn er merkt, oh, da läuft irgendwas falsch. Aber das heißt ja nicht, dass alles und jedes an Wegschneiden tolerabel ist. Wenn wir jetzt den Bericht des ZDF hinzunehmen, dann gab es eben eine Vorgeschichte. Und allein das Weglassen dieser Vorgeschichte macht deutlich, dass dieses Video nicht so authentisch ist, wie man es gerne informiert, ja. Authentisch, das schreibt die FATS auch ganz klar, ja, echt den Tatsachen entsprechend. Und natürlich ist der Ausschnitt den Tatsachen entsprechend, aber noch nicht die ganze Geschichte und nur auf die gesamte Geschichte kommt es an. Und deshalb kann man zu Recht, meiner Meinung nach, davon sprechen, dass dieses Video nicht authentisch ist, ja. Es macht eben einen Unterschied, um einen krassen Fall zu bringen, ob ich einem Dieb hinterherlaufe, der meine Handtasche gestohlen hat, oder ob ich eben anlasslos einem Ausländer aufgrund seines Migrationshintergrundes hinterherlaufe, um ihn zu kloppen oder einzuschüchtern oder was auch immer. Ja, genau diese Situation kann man im Video nicht wiedergeben. Deshalb ist die Aussage klar, das Video ist nicht authentisch, ja. Er hat auch nie behauptet, das führt zu Recht die Fahrzeugausfälschung. Ich habe bewusst diesen provokanten Titel gewählt, weil nicht authentisch, nicht gleichbedeutend ist mit gefälscht. Ich habe daher selber schon einschlägige Erfahrungen. Ein Nachbearbeiten eines Videos führt halt dazu, dass das Video nicht mehr authentisch ist, was aber nicht unbedingt heißt, das Video muss als solches gefälscht oder, wie schlimmer, verfälscht sein. Ja, Fakt ist, auch das Zusammenspiel von Überschrift und Video lässt ja aus diesen angeblichen Hetzjagden erscheinen. Und deshalb finde ich, dass die Aussagen von Maaßen richtig sind. Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Interview authentisch ist. Nach meiner vorsichtigen Bewertung gibt es gute Gründe, dass es sich um gezielte Falschinformationen handelt. Das Weglassen einer Vorgeschichte ist nun mal eine Falschinformation. Ob die jetzt beabsichtigt war oder nicht, wird nicht behauptet und darauf kommt es meiner Meinung nach nicht an. Also, aus meiner Sicht, allein, weil eben eine Vorgeschichte nicht belegt ist im Video, ist das Video gefälscht, verfälscht, nicht authentisch. Und damit sind die Aussagen richtig, auch wenn sie den politischen Einstellungen des einen oder anderen nicht entsprechen möchten. Eure Meinung zum Thema wird mich unten in den Kommentaren interessieren. Ansonsten teilt es doch bitte oder liked meinen Kanal. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video auf www.aktivenews.com Danke, Servus